guck mal, der verfolgt dich und greift mich an so reden mit mono zax du musst aufpassen, wenn du den deaktivierst, dass du... okay, der ist aus wir müssen diese altare deaktivieren unter anderem aber ich suche eigentlich diesen einen typen jetzt hier kriegste treiber dinge ins kirchen, ich glaube da prügelt er gerade drauf da, ich seh ihn, ich seh ihn echt? wieso machst du das? wir hängen hier gliedmaßen passt aber, denn da liegt auch noch ein altar, äh steht auch noch ein altar ich wollte gerade sagen, hier liegt ein buch ich hab schon wieder irgendeine belohnung erhalten, was ist das denn hier? die tür zu dir jetzt mach du mal den altar du musst auch passen, dass die ringe dich nicht treffen da siehste? ich hab doch den ersten gemacht jesus tötet den malma hier irgendwo ist der malma halt, warum schlägt er mich? oh, wer liegt hier gerade vorbei? der müsste hier dann gleich auftauchen, der malma der müsste hier dann gleich auftauchen, der malma schade, dass ich keine wurfwaffe habe, die ich irgendwie so mal irgendwo die glocke geben kann hier so, kommt der mal? oh man, ich glaube hier hat die ding da ne, er ist schon da so, fertig Quest abgeben neuer Errungenschaft die Suche nach Quest ja, die Errungenschaften hab ich mich auch noch nicht mit beschäftigt ne? das ist ja wie dieses Erfolgsdenk ähm ww so, ne? guck mal hier oben ist schon wieder irgendwas irgendwelche Gliedmaßen das sieht aus wie Frostschenkel irgendwie komm ok, Beine sammeln, äh abgeschlossen was haben wir noch ach ja, die Altare deaktivieren ähm ist das da hinten einer? ich weiß nicht ich bin durch ja, das ist einer double kill oh, was ist denn noch früher? hätten wir mal triple und quadro kill und was weiß ich nicht und alles so ah ok, gar nur so geschafft hier, spring doch nochmal in das ding rein wieso? mach mal ja hm oh, da kann man hoch da ist noch einer warte, warte warte ja, ja, ja und jetzt sind die anderen rüber hab ich, hab ich, hab ich was ist das denn? hm 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 oh jetzt bin ich auch oben ich lauf, ich lauf voll schnell hm ja, ok aber irgendwie geht es nicht weiter hier äh, komm, 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 komm ah doch, das geht doch irgendwie aber was machen wir jetzt hier oben? ich weiß es nicht ja, toll, dass wir hier sind ja, irgendwas muss doch hier zu machen sein ich komm nicht hoch kann nicht sein ich komm echt nicht hoch also ich bin ja oben, ne? ja aber wir haben noch eine Karte, die mir nichts sagt irgendwie außerhalb irgendeiner der eigentlichen Zone sind wir ja? ja wir sind hier unnützerweise jetzt oben ich weiß, hier gibt es doch gar nichts ja, dann gehen wir wieder hoch ja, genau, gehen wir noch wieder dann lass uns hoch gehen wo war das denn? spring mal direkt runter mal sehen, ob das überliebt haha ne, mach mal ne, mach du doch ich meine, hier geht es noch weiter ich glaube, hier ist ein anderes Gebiet einfach das ist die Grenze echt? ja guck mal, hier ist noch so eine Art Ausguck ja, so ein Plateau ist hier ich stehe ja gerade drauf auf dem Ding wo bist du denn hier schon wieder? oh, hier ist ein Eingang wo ist denn hier? jetzt bin ich runter gesprungen ja, hier ja, hier ist ja hier hallo, hier unten wenn du ja jetzt da gerade ausguckst siehst du das? hm hm erstmal was essen mampf, mampf, mampf mampf, mampf mampf, mampf mampf mampf, mampf ach, vielleicht muss man das benutzen um da rein zu kommen äh, jetzt hab ich diesen Eingang auch gesehen, ja oh 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 oh, oh 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 oh, ich steh drauf und? was ist da? ich bin drüber weggeflogen Drüber hinweg gesprungen bin ich, bluderweise. Ne, da kann man nicht rein. Ne, toll, jetzt habe ich es auch bis hierher geschafft und denke mir, was ist denn eine Kacke? Kann man das irgendwie aufmeißeln oder so? Wozu machen die denn sowas hier? Ich weiß nicht. Ach, vielleicht hat das irgendwie einen Sinn. Bezweifle ich ja fast. Oh shit, oh shit, oh nein. Oh, jetzt werde ich sterben. Ich werde sterben. Ne, ich bin nicht gestorben. Komisch, wenn ich so hier 50 Kilometer irgendwo runterfalle, überlebe ich, ne? Aber wenn man irgendwie 15 Meter runterspringt irgendwo, platsch, helft du Leben weg, ne? Okay, wir haben hier noch eine Quest. Die wird mir hier irgendwo angezeigt. Ne, ich weiß nicht. Ach guck mal, die Strömung treibt mich weg. Äh? Ach, hier ist noch ein Altar, ja. Ich oder du? Ich mach das. So, Quest gucke. Wissenschaft ohne Gewalt, langweilig. Äh, was haben wir denn jetzt noch? Jetzt hab ich schon wieder was. 77 Meter. Ah, ich bin drauf. Du laufst rum. Weißt du, was ich mache? Ne. Krass sein, krass sein. Guck mal, ich hol mir hier alle. Ja klar, ich schaff die. Gar kein Ding. Wie, kein Triple Kill, nix? Nun gut. Wo ist er jetzt? 90 Meter. Wo steht da 90 Meter? Wenn du F drückst, dann wird dir die aktuelle verfolgte Quest angezeigt und gelange zum Blut, äh, Dingsturm. So sind wir jetzt. Okay. Ach, da waren wir schon, ne? Gelange in das Nest von Gemahlin. Jetzt kommt die Gemahlin erst. Ja. So, Puppe. Jetzt gibt's auch die Glocke hier. Die ist fertig. Das war's? Ja. Wahnsinn, oder? Ja. Okay, die hab ich jetzt fertig. Du wahrscheinlich auch. Weißt du, wie? Wo steht das? Ja, stimmt ja. 423 Meter, sagt er mir. Ach so. Was? Man muss F drücken, wie? Ja. Wie gesagt, dann zeigt er dir die Richtung an, zu der aktuell verfolgte, oder für die aktuell verfolgte Quest, oder die, du kannst sie ja anklicken, in deinem Questlog da. Hier, hier, abgesandter, irgendeiner ist hier, guck, hier haben wir schon einen. Der ist irgendwie aufgespiecht. Was macht der da? Du hast ja was. Okay. Den haben wir auch. 179 Meter. hm 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 Fetzer hier. Oh, jetzt kann ich mir eine Waffe aussuchen. Pistol? Ne, ich habe irgendwie zwei Hände, aber ich habe schon so einen besseren, glaube ich, Unterstützungswert. Unterstößung ist das, glaube ich, alles Tank. Angriffswert. Und bei Minus-Krit. Okay, ich nehme das Ding jetzt erstmal. Ich gucke die mir mal kurz an hier. Was ist hier? Warte mal, ich habe hier irgendein Play-Ding. Alles klar, Agent. Deine Dienste werden gebraucht. Ich bin schon unterwegs. Hast du mal unten raufgeklickt auf dieses, also rechts in, da wo mal Telefon klingelt? Okay. Da ist ein Telefon. Guck mal, ich glaube, der eine ist ein Deutscher. Klappe zu Affe-Tot. Im Chat. Ja, ich glaube, irgendwer ist ein, also von jemandem hat irgendwie das Nokia 5110 geklingelt hier. Ich weiß ja nicht, was du meinst. Klär mir das. Ja, unten kommen doch immer so Anrufe an. Das steht doch manchmal so... Das ist kein Telefon oder was. Gut. Ich weiß nicht, welche Quest ich jetzt hier verfolge, aber da steht irgendwas von so und zu viel Meter. Dann gehen wir da lang. Das sind doch wieder diese bescheuerten Affen, die einen ständig irgendwo in den Kopf schmeißen hier, oder? Oh, Momente, Erz. Da sind noch mehr Erz. Was hast du denn für einen Beruf? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eins habe. Eins Beruf. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist der Tür und so. Ich sage dir, ne? Ja. Don't fuck with the Fonda. Es ist so pritimisch, ey. So, sieh zu hier. Ich sehe dir zu. Wie du reitest. Ach, hier ist er ja schon. Und wieder ne neue Quest. Ne Quest. Oh ja. Was ist das hier? Da gibt's noch weitere. Die hintere hat auch noch welche. Leider gibt's hier keinen Händler, oder sowas. So, Peilsender ist aktiviert. Die müssen weg hier. Ja, Popos. Wollen wir nochmal ein Duell machen? Ne? Wie sieht's aus? Nein. Nein. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. oh die ist so auf die glocke sage ich dir ja was mache ich habe ich gewonnen was denn so sieht man erstmal was ich für ein krasser duellant bin drückbar schnell c also ich habe ja so einen so einen anruf bekommen ja pass auf du stirbst gleich ja wenn du über 50 meter sonst wo bist ja dann hilf mir das wäre so fucking selbstverständlich natürlich ist das selbstverständlich ja aber du setzt das so voraus egal wo ich bin ich helfe dir weißt du was oh du ich kann dir nicht helfen wenn du 50 dimensionen weiter bist ist ja logisch oder genau macht mich schon wieder aggressiv so hier rein irgendwie was siehst du da oh 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 was das denn hier double kill und die da auch komisch da draußen ist so grün und hier so nicht so nicht so grün hallo was draußen ist nicht so grün ja ja tatsächlich es gelten die üblichen vorschriften für attentate schon wieder ein Anruf hier ey Ficker was ist das also das ist eine Rune brauchst du eine Rune komm lass beide Gier machen oder nein ne mach du gerne guck mal die Eule ist dir das aufgefallen was sie für große Augen hat hier siehst ja voll schreckt aus ja dann kämpfe ich mal während du das da machst ne guck mal da hinten ist so ein riesen Vieh siehst du den so guckst du in die andere Richtung aber guck mal da wo ich hingucke wer ist er denn müssen wir den auch ja oh ne Fetzer läuft rum hier so ich geh mal ran hier ja ne noch nicht jetzt bin ich schon dran ach der Fetzer hilft mir süß süß ich kämpfe hier mit dem Fetten hallo wenigstens einer weißt du dann heirat ihn du es gelten die üblichen Vorschriften für abendhalte hm hm vielleicht sollte ich öfter mit einem Partner zusammenarbeiten so 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 shit shit so so Oh zu die Alli, oder was? Hä? Nein. Ich hole die Eldarnischen Energiekristalle von den Relikträgern zurück. Oh, da ist noch die Kiste. Ja, das sind die Dinge.